Hundemax ist Liebe, Leidenschaft und Begeisterung für Hunde. Wir haben alles, was man sich vorstellen kann, was ein Hund braucht. Derzeit in zwei Filialen. Dort gibt es die beste und kompetenteste Beratung. Man kann alles sehen, alles anfassen und hat eine riesengroße Produktauswahl. Wir haben Hundemax vor zehn Jahren in Nürnberg zunächst mal gegründet mit einer Filiale. Das Konzept hat sich einfach super gut bewährt. Unsere Kunden sind glücklich. Es kommen immer wieder Kunden aus anderen Städten zu uns, die fragen, wann macht ihr endlich eine Filiale in Hamburg, in Berlin, in München? War das natürlich auch ein Thema. Und so haben wir jetzt seit zwei Jahren in München tatsächlich eine Filiale eröffnet. Auch mit einem großen Erfolg. Hundemax bietet deutschlandweit und vermutlich sogar weltweit die größte Auswahl und die beste Beratung für Hundebesitzer. Hunde können mitkommen, sich ihre eigenen Sachen aussuchen, Bettenprobe liegen, Halsbänder anprobiert bekommen, Leckerchen testen, die ganze Palette. Wir haben einfach eine sehr intensive Beratung. Wir nehmen uns sehr, sehr viel Zeit für die Kunden. Das unterscheidet uns einfach von anderen Märkten. Wir suchen wirklich genau das individuelle Produkt für jeden Hund und jeden Menschen. Wir haben einfach eine wahnsinnig große Produktauswahl und nicht irgendwelche Produkte, sondern wirklich einzeln ausgesuchte Produkte. Wir wissen von jedem Produkt, was es kann, warum es besonders ist. Mein Name ist Janett und das ist der Maddox. Der ist vier Jahre alt und bei Hundemax kaufe ich alles ein. Querbeet, muss ich sagen. Also wirklich vom Aportel in verschiedenen Gewichten mit Fell, ohne Fell, über Futter, über Leckerli. Auch Leinen habe ich schon gekauft oder auch ein Geschirr. Also es ist wirklich querbeet. Die Auswahl ist fantastisch. Der Hund liebt es. Die Mitarbeiter sind super entspannt und es ist einfach schön. Macht einfach Spaß. Wir arbeiten sehr eng mit Hundemax zusammen, weil wir auch eine große Schnittmenge haben. Wir haben eine sehr ähnliche Betrachtungsweise, würde ich sagen, des Kunden. Wir möchten dem Kunden eine gute Auswahl an Produkten bieten, dass der Kunde aus einem guten Portfolio aussuchen kann. Und das ist Herrn Weber, sprich dem Hundemax insgesamt, sehr, sehr gut gelungen. Mein Name ist Birgitta Ornau. Ich bin Gründerin und Geschäftsführerin von der Taracanis GmbH. Taracanis gibt es jetzt seit elf Jahren. Und die Zusammenarbeit mit Hundemax hat eigentlich gleich am Anfang angefangen. Also Hundemax war einer meiner ersten größeren Kunden. Das Besondere ist, dass Taracanis die erste Hundenahrung ist, die zu 100 Prozent mit Rohstoffen in Lebensmittelqualität hergestellt wird. In meinen Augen ist es so, dass sich immer mehr Hundehalter in diese Richtung entwickeln werden. Und da sehe ich unheimlich große Chancen für Hundemax, weil Hundemax ein Sortiment hat. Nicht nur Taracanis, es gibt auch viele andere Produkte, die sehr hochwertig sind, sehr transparent sind und im Prinzip genau den Ansprüchen, die die Verbraucher heutzutage haben, entsprechen. Hundemax bewegt sich in einem stark wachsenden Markt. Es gibt immer mehr Hunde und der Trend geht zu immer hochwertigeren Produkten. Das zeigt sich auch in unseren Umsatzzahlen. Wir haben ja unseren Umsatz in den ersten zehn Jahren vervierfacht. Wir machen derzeit sechs Millionen Euro Umsatz pro Jahr. Und wir haben nach wie vor zweistellige Wachstumsraten pro Jahr. Insbesondere hier in München sind wir ja ganz neu auf dem Standort. Und wir rechnen damit, dass wir hier jetzt kurzfristig unsere Umsätze auch nochmal mindestens verdrei- oder vervierfachen werden. Mit dem Geld der Kompanisten wollen wir Hundemax weiter an die Spitze bringen. Wir möchten die Skalierbarkeit vorbereiten, um weitere Filialen eröffnen zu können. Also das Konzept Hundemax, das wird in jeder deutschen Großstadt funktionieren. Wir denken zum Beispiel an Hamburg, Berlin, Köln. Das wären alles Standorte, die da sicherlich geeignet wären. Dazu werden wir unsere Marke relaunchen. Wir werden neue Marketingkonzepte entwickeln. Der Laden in Nürnberg wird ein Facelift bekommen. München ist ja hier erst vor zwei Jahren eröffnet worden. Da haben wir einige Sachen doch anders gemacht als im ursprünglichen Konzept. Ja, Crowdinvesting ist für uns eine schöne Möglichkeit, auch noch mehr Menschen mit ins Boot zu holen. Und wenn natürlich noch mehr Menschen auf uns aufmerksam werden, Teil sein wollen von der Hundemax-Familie, ist uns das ganz, ganz wichtig. Die Kompanisten investieren in Hundemax in einen soliden Wachstumsmarkt, in ein bewährtes Geschäftsmodell, was seit Jahren existiert. Also eine bestehende, erfolgreiche Firma. Wir bieten 8% Festverzinsung mit vier Jahren Laufzeit. Wir haben mit Hundemax etwas Einzigartiges geschaffen. Über 10.000 treue Stammkunden in bereits zwei Filialen lieben uns für unsere glaubwürdige Beratung und für unsere innovativen Ideen. Wir haben bereits viel erreicht. Für das besondere Hundemax-Einkaufserlebnis gehen wir gerne die extra Meile. Wir werden unsere Begeisterung für Hunde bald in noch mehr Städte bringen. Mit euch zusammen, liebe Kompanisten, schaffen wir das. Nutzt diese Chance und investiert in ein erfolgreiches und solides Wachstumsunternehmen. Investiert in Hundemax.